Mein Arzt fragte mich, wie fühlen sie sich? Und die Stuhlgang kommt konsistent, hart an der Grenz. Gesund oder krank, erholte aus dem Schrank Pillen, worum? Du wirst wieder gesund, nimm die Pillen in den Mund. Und die Stuhlgang konsistent, bleib unterhalb der Grenz. Gesund oder krank, Pillen aus seinem Schrank, Gott sei Dank. Ich nahm die Pillen ein, schwitzt wie ein Schwein. Ich stuhlgang, konsistent, hart an der Grenz. Ich schieß in die Hose, übel ich gesund mit Klo. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Jetzt geht nicht mehr hin, das macht keinen Sinn. Und die Stuhlgang konsistent, immer hart an der Grenz. Ohne Pillen, so roten, bleib ich gesund. Oh yeah, oh yeah. Ohne Pillen, so roten, bleib ich gesund. Ohne Pillen, so roten, bleib ich gesund. Oh yeah, oh yeah. Ohne Pillen, so roten, bleib ich gesund. Ohne Pillen, so roten, bleib ich gesund. Ohne Pillen, bloß, bleib ich ganz. Untertitelung des ZDF, 2020